Ein herzliches Grüß Gott zu Weihnachten 2013 Heuer aus der Kollegienkirche der Universitätskirche in Salzburg Eine Kirche ganz in Weiß und erfüllt vom göttlichen Licht Suchende werden hier die Weihnachtsbotschaft nicht direkt schauen können Aber Staunende werden im Wunder des Lichtes stehen Wie es eindringt und alles erfüllt Mein ganzes Dasein im Hellen weiß Alles ist Gegenwart Heilend, heiliges Licht Er strahlt in uns und umgibt uns Und leuchtet jede Dunkelheit aus Weihnachten Gott erhält unser ganzes Sein Und wenn er als Kind im Licht der Heiligen Nacht geboren wird Dann singen und tanzen die Engel voller Freude Wie in dieser Kirche jenseits der beiden großen Säulen Es sind gezählte 71 Engel im Licht der von Süden einfallenden Mittagssonne Die jüdische Kabbalah kennt 72 Engel Also bin ich und jeder der in diese Kirche kommt der 72. Engel Und singe und tanze mit im goldenen Licht Einige von den 72 Engeln kannst du jetzt schauen Da du als 72. Engel deinen eigenen Tanzrhythmus und deine eigene Melodie kennst Werde ich dich einfach schauen lassen Und du hörst und du spürst, dass je eigene du als Weihnachtsengel bist Und du hörst 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 du jetzt Aber es ist fol알 wie bei mir This is in der Bibliothek Und du hörst um Und du hörst fino Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz tief drin im Innersten deines Seins sei erleuchtet. Eine Zeit voll Licht und voller Segen. Wo immer du bist, rundherum sei es Licht und hell. Und wo immer du dich bewegst im neuen Jahr, Engel sein an deiner Seite, um dich zu behüten. Und wisse, dass es immer wieder Orte des Lichtes gibt, wie hier in der Kollegienkirche in Salzburg. Wenn es an der Zeit ist, wenn es an der Zeit ist, herzlich willkommen an diesem heiligen Ort. Bleib im Licht, bleib im Licht, bleib im Licht, bleib im Licht, gesegnete Weihnachten und das Licht des neuen Jahres für dich, für euch.